Caro, was macht mir die Freude hier? Horst, heute tauschen wir rollen. Normalerweise stellst du die Fragen. Heute habe ich Fragen aus der Community für dich mitgebracht. Ja, da bin ich sehr gespannt. Warum siehst du deine Gäste am Anfang immer? Aus Respekt. Es gibt sehr viele Menschen, die haben es so verinnerlicht, wenn jemand Fremdes vor ihnen steht, dass man das sie benutzt. Und ich möchte wirklich auch etablieren, dass man sagt, das du kann man mit sehr viel Respekt anbringen. Manche Sendungsintros sind ja ein bisschen speziell. Hast du kein Problem damit, dich manchmal nicht ganz so ernst zu nehmen? Nein, ich finde es traumhaft. Ich war schon in der Schule der Clown und ich hasse es, wenn man sich über andere Menschen lustig macht. Und deswegen ziehe ich die Lacher lieber zu mir rüber und sage, Kinder, guck mal, ich mache das gerne und jetzt sehe ich komisch aus, finde ich es super.